Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, bei Happy Fingers Fried Chicken. Zuletzt haben wir euch den Store in Walle gezeigt. Heute ist der Store in der Neustadt dran. Wir möchten euch die Räumlichkeiten einmal zeigen. Kommt mal mit rein. Hier geht's lang. Für unseren Eingangsbereich haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar haben wir Jan Hack, den Sprayer aus Oldenburg, herbestellt. Jan hat uns hier diese wunderschöne Wand gesprayt. Unter anderem hat er unser Logo mit einkließen lassen und das alte Neustadtsgebäude. Ich denke, das ist uns gut gelungen. Weiter geht's hier. Wir befinden uns im Essbereich von Happy Fingers Fried Chicken. Wir haben hier Platz für über 40 Gäste. In einem ganz netten Ambiente könnt ihr mit euren Freunden und Familien unsere Leckereien verzehren und genießen. Wir sind hier jetzt in unserer Küche, wo wir mit insgesamt 16 Personen zusammenarbeiten. Unsere Küche ist hochmodern. Unter anderem haben wir drei Hochdruck-Fritteusen. Die Gastrofreunde unter uns wissen, das sind die Ferraris unter den Fritteusen. Wir bereiten von hier aus täglich die Chickenleckereien für euch vor. Kommt gerne vorbei. Wir freuen uns auf euch.